Im Mai entführt sie Vox auf eine magische Zeitreise. Die Lieder erzählen Geschichten über Menschen, die durch die Steine gereist sind. Ich hätte keine Ahnung, wohin mich diese Reise führen würde, aber ich wusste, dass ich mich nicht mehr im 20. Jahrhundert befand. Sie sind verletzt. Ach, das ist nicht mein Blut. Meine Frau ist verschwunden. Ich bin keine Hexe. Sind Sie eine Zauberin? Jeder muss seine eigene Reise machen. Aber die Lieder besagen, dass die Reisenden oft zurückkehren. Die Highland Saga beginnt. Outlander. Ab 20. Mai bei Vox.